Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Ja, das Fazit vom heutigen Spiel ist natürlich klar. Wir waren der Underdog gewesen. Ich denke aber trotzdem, dass wir gezeigt haben, dass man auch in der Bezirksliga Fußball spielen kann. Dass man guten Fußball spielen kann. Mit Sicherheit sind unsere kleinen Schwachstellen deutlich geworden heute im Spiel. Und gerne hätten wir uns natürlich zumindest den Ehrentreffer gewünscht. Ja, wir haben jetzt hier unser Pokalspiel 12-0 gewonnen, nächste Runde eingezogen. Das Wetter für beide Mannschaften ist nicht gerade traumhaft heute gewesen, aber war okay. War ein sehr faires Spiel gewesen und wir haben uns verdient durchgesetzt. Der Gegner hat aber bis zum Schluss mutig mitgespielt. Hat sich nicht nur hinten reingestellt. Oftmals spielt man gegen unterklassige Mannschaften, die dann einfach nur Ergebnis verwalten wollen. Aber Rotation hat hier munter mitgespielt und am Ende sogar fast noch ein Tor erzielt. Hätte ich den gegönnt und vielleicht nächstes Jahr, wenn wir vielleicht nächstes Jahr nochmal auf die treffen. Um ehrlich zu sein, hätten wir natürlich so früh im Wettbewerb gerne auch mal das Freilos gehabt. Sonst hätten wir uns gefreut, wenn wir im Achtelfinale oder im Halbfinale auf so einen starken Gegner treffen. Aber im Endeffekt, Pokal ist Pokal. Einfluss auf das Los hat man nicht und von daher haben wir uns auf das Los natürlich auch gefreut. Und wenn man am Ende gegen Hertha ausscheidet aus dem Pokal, ist es immer was anderes als gegen eine andere Mannschaft. Nein, da muss man nicht motivieren oder sonst. Das ist einfach eine Respektsache. Die Jungs, unser Gegner, die haben auch Trauben. Die lieben auch Fußball. Die kommen auch zum Training. Die spielen ihre Spiele, so wie wir. Und es kann nicht jeder der Beste sein. Manche sind in der Schule besser, manche weniger. Manche sind im Tennis besser, manche weniger. Und so ist es im Fußball auch. Also Rotation hat genauso Spaß am Fußball wie unsere Jungs. Und vielleicht haben unsere vielleicht einen Tick mehr Talent. Aber das ist eigentlich auch alles. Sonst wird der Respekt bei uns auch groß geschrieben. Und den hat uns auch Rotation geschenkt. Und deswegen war das eine gute Angelegenheit heute für einige von unseren Spielern, die haben Spielpraxis bekommen, die sonst nicht so häufig spielen. Und ja, das Ergebnis ist dann halt unglücklich, wenn es seit 12-0 ausgeht. Ein 3-2 wäre auch schöner gewesen für alle, aber das hat nun mal die Qualität dann nicht hergegeben. Das nächste Spiel ist am Sonntag. Ich denke, die Jungs wissen, was so die kleinen Bausteine gewesen sind, die heute vielleicht auch ein bisschen gefehlt haben. Wenn wir jetzt deutlich machen, dass wir an dem Ding arbeiten werden und konsequent arbeiten werden. Wir spielen ja um den Aufstieg mit in der Bezirksliga. Dann denke ich, kann man sich am Ende mit dem Aufstieg in der Bezirksliga zumindest in die Landesliga dann hoch belohnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dein Mietwagen zum Discounterpreis